So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr habt richtig gelesen und ja, ihr seht richtig. Und ja, die Bravo Sport habe ich schon angeboxt. Für jeden, der Match Attack Bundesliga 22, 23er Saison sammelt, ist das die erste limitierte Karte gewesen. So, jetzt habe ich natürlich in meinen Kommentaren gelesen, dass man da auch andere limitierte Karten drin finden kann. In so einem Booster soll immer eine drin sein. Und deswegen habe ich hier noch einmal die Bravo, komplett mit das Titelbild ein Booster und zwei weitere. Das heißt, in diesem Video öffne ich einfach nur drei Booster der brandneuen und aktuellen Match Attacks Saison 22, 23. Da müsste ich drei limitierte Karten noch haben. Das bedeutet mit die eine vier. Und dann bin ich gespannt und zeige es dann euch natürlich, ob das da drin verschiedene gibt oder immer die gleiche. Weil wie gesagt, ich habe es nur in den Kommentaren gelesen. Ich hatte die gezogen. Ich hatte was anderes gezogen. Da scheint es wahrscheinlich verschiedene zu geben. Aber nichtsdestotrotz will ich die Sache natürlich auf den Grund gehen und euch zeigen. Also, das ist hier jetzt meine erste limitierte Karte. Ich zoome mal ran. Und wie gesagt, wenn ihr immer die gleiche drin hattet oder auch andere, schreibt es mir in die Kommentare. Weil ich weiß ja nicht, ob ich jetzt immer dieselben hier habe. Also, für mich und alle anderen, schreibt ihr mir in die Kommentare, habt ihr bei der Bravo Sport Nummer 10 immer die gleiche Karte drin hatte, wie ich die erste mal oder immer andere? Weil jetzt öffne ich die drei Booster Tütchen dazu und hoffe natürlich, dass ich jetzt immer andere drin habe, weil die habe ich ja jetzt schon. Fangen wir jetzt erst mal die Standard Booster Karten an. Ah, das ist eine Club 100. Club 100 Karte. Mega cool. Das ist eine Club 100. Die sieht ja cool aus. Also, ist sie auch schon etwas hochwertiger. Ich packe sie mal nach rechts, obwohl ja die hochwertigsten kommen ja nach ganz rechts. Aber es geht ja in diesem Video um die limitierte Karten. Standard Booster, limitierte Karten, Club 100. Okay. Jo, ihr seht es. Schon eine ganz andere limitierte Karte. Perfekt. In der Bravo Sport Nummer 10 sind das die beiden limitierte Karten, die ich bis jetzt gezogen habe. Richtig mega. Zwei verschiedene. Perfekt. Das ist richtig cool. Jetzt gucken wir natürlich das dritte Booster Tütchen an und dann das vierte. Das ist ja mega, dass es da verschiedene drin gibt. Ist natürlich auch ärgerlich für Sammler. Warum? Weil dann braucht man mehrere Bravo Sport Booster. Das dazu. Aber es gibt immer verschiedene limitierten Karten in der Bravo Sport Nummer 10. Booster Match Attacks Saison 22-23. Schaut mal. Schon wieder eine andere. Perfekt. Das ist richtig mega. Drei Booster der Bravo Nummer 10 und drei verschiedene limitierte Karten. Mega cool. Wie viel gibt es denn in diese Bravo? Muss ich mir doch noch mehr besorgen? Also drei verschiedene habe ich schon mal. Drei verschiedene konnte ich euch schon zeigen. Kommen wir jetzt zu das vierte und letzte Booster von der Bravo Sport Nummer 10 der Saison Match Attacks 22-23. Also das ist cool. Nicht eine doppelt. Ist natürlich richtig perfekt. Und einmal eine Top 100 gezogen. Das ist natürlich auch mega. Und wieder eine andere. Schaut mal. Vier verschiedene limitierten Karten aus der Bravo Sport 10. Mega cool. Also ich packe jetzt die Standard weg. Die Club 100 geht es nicht drum. Ich Und jetzt sind jetzt vier verschiedene limitierte Karten. Ich zoome ran. Die ihr kriegen könnt. Und wo? In der Bravo Sport Nummer 10. Für drei Euro. Wie gesagt, da ist ein Tütchen drauf. Der Mage Attack Saison 22-23. Mit einer limitierten Karte. Und ihr seht es selber. Ihr habt es gesehen. Vier verschiedene limitierte Karten gezogen. Aus ein und dieselben Bravo Sport Magazin. Also mega cool. Wenn ihr noch eine andere gezogen habt, schreibt es doch bitte für mich in die Kommentare. Weil ich will sie alle zusammenkriegen. Die es auf der Bravo Sport gibt. Vielleicht gibt es ja alle zehn, alle zwölf. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, ihr schreibt mir jetzt, welche ihr noch drin hattet. Ich habe jetzt schon mal vier limitierte Karten. Der Mage Attacks 22-23 Saison ist schon mal perfekt, weil es vier verschiedene sind. Daumen hoch. Ihr wisst es jetzt. Es gibt doch auf der Bravo Sport Nummer 10 verschiedene limitierte Karten in dem Booster. Das ist mega cool. Also das war jetzt nur ein Infovideo. Was ich überprüfen wollte. Ich konnte es euch zeigen. Es stimmt. Es gibt limitierte verschiedene Karten. Aber nichts zu trotz werde ich euch irgendetwas von der Mage Attacks 22-23 Saison unter das Video verlinken. Sicher. Bequem. Auf jeden Fall. Günstiger. Sind zu neu. Das wisst ihr. Aber trotzdem werde ich euch unter dem Video was verlinken. Aber nichts zu trotz schreibt ihr mir jetzt eure Meinung und welche limitierten Karten ihr noch hattet. Und dann kommt das Wichtigste. Bleibt gesund. Ihr und eure Familien. Und dann wie immer. Bis demnächst. Guckt hin und schaut zu.